Rad Yahudi! Über uns wohnt ein Jude. Wo hast du uns gebracht hin? Zur Jude? Wie ich sehe, hat Ali gute Noten. Er ist ein guter Schüler. Alhamdulallah. Und wo ist das polizeiliche Führungszeugnis? Vor ihn? Nein. Der Junge ist über 14. Laut Gesetz ist er strafmündig. Ich will sehen, was du drauf hast, Kleiner. Weißt du, was man mit so einem Plastik macht? Nimm es nicht auf die Lechte Schuld. Gerade jetzt solltet ihr sehr vorsichtig sein. Los, los! Bleib stehen! Was wollen Sie? Geben Sie dem Jungen eine zweite Chance. Nein! Wieso muss ich immer alles ausbaden? Jonas hat mich so angestiftet. Aber Sie werden uns abschieben! Was machst du? Na arbeiten! Ich kann auch immer netter zu mir sein. Jetzt denke diese Deutsche, alle Alaba sind böse. Und war halt der Jude ist der Verbrecher. Du darfst diesen Jungen nicht mehr reinlassen in deine Wohnung. Er ist eine Gefahr. Riesnabel! Selber! Davon sprichst du? Wir reden von unseren Feinden. Lass zwei Hände zum Arbeiten und nicht Bilder malen. Ich hab Talent! Wer sagt das? Dein Freund von oben? Ist gut. Sehr gut. Bringt die Sache morgen in Ordnung. Das hat er mir versprochen. Und wirst du verstehen, dass diese Jude dich nicht auslachen. Jude! 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 Ich schicke mich doch von Ihnen nicht schikanieren! Komm hier! Sie sind mir zu alt! Jude! Jude! Jane! Jude! Jude! Untertitelung des ZDF, 2020